Hallo, ich bin Carsten in Grasau und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne wieder ein Stück begleiten. Heute sind wir unterwegs auf dem Moor-Erlebnisweg bei Grasau, so ein bisschen unterhalb vom Chiemsee. Also hier läuft man schon auf Torf, fühlt sich an wie auf Wolken zu laufen. Und hier geht es dann auf den Aussichtsturm. Ja, und hier liegen auf einmal ein paar Schienen. Musik Und hier geht es ein kleines Stück. Auf einem Steg ins Moor hinein. Es ist schon spannend, so am Fuße der Alpen durchs Moor zu wandern. Musik 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 Ja, auf der anderen Seite des Tales geht es dann hin. Klicke ein bisschen ein Bärchen auf zum Wasserfall und dann langsam geht es dann wieder auf schmalen Bergfaden hinunter ins Tal. Soll hier der Panorama weh sein, aber Panorama ist zugewachsen.